Ich bin Anita Farke und spreche die Exoda Blog News. Blitzer-Marathon – Ausfall in einigen Bundesländern Kein Blitzer-Marathon in einigen Regionen Deutschlands. Die jährlich stattfindende Veranstaltung, der sogenannte Blitzer-Marathon, bei dem Strafverfolgungsbehörden verstärkte Geschwindigkeitskontrollen durchführen, wird diesen April in mehreren Bundesländern nicht stattfinden. Eine kombinierte Untersuchung mehrerer Polizeikräfte ergab, dass der Blitzer-Marathon in einigen Regionen Deutschlands umstritten ist und daher nicht durchgeführt wird. Der Blitzer-Marathon – eine Aktion, bei der Geschwindigkeitskontrollen intensiviert werden, wird von Behörden in einigen Bundesländern aufgrund von unterschiedlichen Meinungen in Bezug auf seine Wirksamkeit nicht durchgeführt. Die Entscheidung, den Blitzer-Marathon nicht durchzuführen, hat in den betroffenen Gebieten zu Diskussionen geführt. Kritiker der Maßnahme argumentieren, dass sie wenig zur Verbesserung der Straßenverkehrssicherheit beiträgt und stattdessen vor allem dazu dient, Geldbußen zu erhöhen. Befürworter des Blitzer-Marathons weisen jedoch darauf hin, dass die Aktion dazu beiträgt, die Aufmerksamkeit auf das Problem der Überschreitung der Geschwindigkeitsbegrenzungen zu lenken. Ungeachtet der umstrittenen Natur des Blitzer-Marathons führen mehrere Bundesländer die Aktion jedoch weiterhin durch. Beamte in einigen Regionen argumentieren, dass die Durchführung des Blitzer-Marathons zu einer allgemeinen Senkung der durchschnittlichen Fahrgeschwindigkeit und somit zu einer Senkung der Todesfälle im Straßenverkehr führt. Die Diskussion um den Blitzer-Marathon wirft grundlegende Fragen nach dem besten Ansatz zur Verbesserung der Verkehrssicherheit und der Rolle des Staates dabei auf. Es bleibt abzuwarten, wie sich die Aktion in den kommenden Jahren entwickeln wird und welche Maßnahmen die Behörden ergreifen werden, um die Sicherheit im Straßenverkehr zu gewährleisten. Verfasst von Anita Farke, Montag, 15. April 2024 Danke fürs Zuhören. Denk immer an eine möglichst nette Bewertung, um uns zu unterstützen.